So, jetzt wollen wir uns mal vorstellen, ich bin der Norbert und das ist mein Sohn, guck mal genau dahin. Warte, ich hab keinen Bock, das zählt. Die Züge machen wir doch hier. Du bist der, du bist der Lukas. So, und ich möchte jetzt hier... Ist das ein Einricht? Ja, das ist eine Einrichtung. Drehst du mal rum, lesen können wir nach. Jetzt erzählst du dir mal was. Was möchtest du denn jetzt sehen von mir? Ich möchte nichts sehen und darum halt jetzt... Leider, das war ein Misserfolg. Die Hinführung zur Kunst ist manchmal doch...